Ja, CDU TV zum Thema Koalitionsvertrag mit einem der Architekten dieses Vertrags, Ronald Pofalla, noch Generalsekretär der CDU. Herr Pofalla, wie war es bei den Koalitionsverhandlungen wirklich, wie friedlich oder wie schwierig? Das waren harte Koalitionsverhandlungen, die aber, das muss man offen eingestehen, fair waren, weil wir gerungen haben um richtige Lösungen. In drei Wochen einen solchen Vertrag hinzubekommen, war von Anfang an ambitioniert und deshalb war das Engagement, das alle erbracht haben, außerordentlich hoch. Es fragen sich viele Leute, Schwarz-Gelb ist eine neue Koalition. Was wird die erste Botschaft von Schwarz-Gelb sein? Die erste Botschaft ist, dass wir Familien stärken wollen, indem wir den Kinderfreibetrag auf 7.008 Euro erhöhen, indem wir das Kindergeld um 20 Euro im Monat erhöhen und indem wir notwendige Veränderungen beim Steuerrecht, bei der Unternehmenssteuerreform und beim Erbschaftssteuerrecht bereits zum 1. Januar des kommenden Jahres anpeilen. Sie verlassen jetzt das Adenauer-Haus. Gehen Sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge? Ein weinendes Auge gibt es nicht. Ich habe hier gerne gearbeitet. Es waren vier spannende Jahre. Wir haben 17 Landtagswahlen mit organisiert, die Europawahl, die Bundestagswahl. Wir haben ein neues Grundsatzprogramm hier im Wesentlichen mit den Mitgliedern der Kommission erarbeitet. Das war eine spannende Zeit. Die CDU ist moderner geworden. Diese Arbeit hat Spaß gemacht. Erzählen Sie uns zum Abschluss noch ganz kurz Ihren Nachfolger. Was ist das für einer? Hermann Gröhe ist jemand, der tief verwurzelt ist in der CDU, den ich seit über 35 Jahren kenne und etwa genauso lang mit ihm befreundet bin. Wir kommen aus dem selben Bezirksverband. Er aus Neuss, ich aus Kleve. Die CDU bekommt einen exzellenten Generalsekretär. Aufirma! 8